moin pyros und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video heute habe ich einen test für euch etwas schwereres gerät double deck purple das wird 0 uhr geschossen oder etwas nach 0 uhr das wird so einer meiner finale sein für silvester 2020 2021 wir haben eine schusszahl von 36 x effektiv 30 metern brenndauer 19 sekunden nemm beträgt 446 gramm und ein kaliber von 25 millimeter sollte eigentlich jeder kennen jeder hatte die schon mal und gefächert natürlich viel spaß mit dem video so dauerndeck purple 0 uhr zweitschlag viel spaß let's go ja ja Outro